Wenn man der Freundin sein Kinderzimmer zeigt. Oh, okay, komm mal an. Oh, ist ja krass mit so einem Kellerzimmer, ne? Ja, aber ich fand es immer so ganz chillig, weil ich hatte immer so voll meine Ruhe. Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Oder was meinst du damit? Du hattest immer deine Ruhe? Na, ich meinte halt, meine Eltern sind nicht so oft reingekommen wie so bei Freunden oder so, weil die sind ja nicht hier in der Etage. Ähm, okay, aber, also, sorry, ist jetzt ein paar Jahre her, dass du hier gewohnt hast, aber also, war es denn dir wichtig, dass deine Eltern nicht reinkamen? Okay, warum fragst du das jetzt schon wieder so? Also, mich würde einfach interessieren, ob Jonas Junior damals viel Mädchenbesuch hatte. Du bist so random, dass du das fragst. Ich, keine Ahnung, also es waren mal welche hier. Gut, dann schlafe ich hier nicht, ciao. Oh Gott, beruhig dich doch mal, das ist sechs Jahre her. Okay, ist es hier wenigstens sehr schalldicht? Ja. Ein knarztes Betze, nein, oder? Nein, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum du fragst. Ups, habe ich etwa gerade versehentlich zugeschlossen.